Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, was denken Sie über das Gebäude? Was ich jetzt sagen kann, ich freue mich über den ganzen Erstehungsprozess. Ich freue mich darüber, dass wir das alle nutzen können. Es soll ein Urban Garden entstehen, auf dem wir rauf gehen können, ein schönes Hotel. Und ja, wir sind alle ganz gespannt.